Hallo Leute, wir sind ein bisschen wandern um den höchsten Punkt von Landkreis Karlsruhe und haben eine ganz tolle Aussicht hier, also bleibt dran. Was ist das? Das ist gar nichts. Wir haben hier ein schönes Plätzchen gefunden im Naturschutzgebiet, deswegen ohne Kocher, sondern eine Thermosflasche, kochendes Wasser zuhause gemacht und jetzt lecker Yum-Yum-Suppe dazu. Meerkornbrötchen. Und nachher verköstigen wir uns vom Bernhard weitwärts das Schlehenfeuer. So, das muss jetzt erstmal gut gehen. Wenn man so sieht, es wird einem ganz schön kalt. Da muss man sich ein bisschen mehr aufwärmen mit diesem Schlehenfeuer. Dazu zum türkischen Tee. Mal sehen, ob es schmeckt. Wow, stark. Also pur könnte ich das glaube ich nicht trinken. Okay. Interessant. Das ist ein bisschen wie Glühwein. Ein bisschen halt, nur dass es nicht diese Gewürze hat. Das ist nicht schlecht. Dankeschön. Mein kleines Eskimole. So, wir verabschieden uns. Wir haben unsere Rundwanderung hier gemacht. Und wünschen euch alles Gute. Tschüss. Tschüss.